Wir haben wirklich so viel Leben gefunden? Okay. Aber es sieht hier relativ gleich aus, nur dass wir 900 Geldeinheiten haben. Was bedeutet, dass wir zuletzt in der Welt waren und nicht irgendwo rausgegangen sind zum Abspeichern. Ich erinnere mich an das 20 Glühwürmchen-Dingel sind es. Obwohl, wie werden die Libellen genannt? Ich vergesse es immer wieder. Aber jedenfalls, ich möchte sehr gerne weiter aufnehmen, weil es jetzt knapp einen Monat her ist, seitdem ich das letzte Mal gespielt habe. Und ich möchte dieses Spiel langsam wirklich, wirklich gerne weiterspielen, weil ich eigentlich gerade mit am meisten Spaß hier dran habe, wenn ich jetzt wieder auf dem Spiel klarkomme. Und wenn ihr das hier seht, Folge 24 und 25 sind für mich zum Zeitpunkt noch nicht draußen, werde ich wahrscheinlich sehr bald, sehr schnell hintereinander hochladen. Vielleicht, dass auch mal zwei Videos am Tag kommen. Und ich würde jetzt sehr gerne hier Folge 25 aufnehmen. Und hier, deshalb tun wir das. Ich muss erst mal wieder auf den Tasten klarkommen. Es ist nicht gut, das einen Monat lang nicht zu spielen. Was war die Taste, mit der ich angreife? J? Nein. Hä? Ich springe mit L. O ist mein Ding sonst? Mit was schlage ich? Hä? Hatte ich zuletzt irgendwas an den Tasten umgestellt? Moment. Was? Einstellung A. Oh, hä? Wo sind die Tasten? Hier kann ich zurück. Hä? Bin ich dumm? Eskis weitermachen. Wer das ist das Teil? So springe ich. Mit L. Anscheinend. Hä? Es war doch dieses IJKL-Feld, oder? Oder bin ich mit dem Pfeiltasten gelaufen? Nee. Ich hab doch mit WASD gespielt, oder? Ich hab doch beide Hände auf der Tastatur gehabt. Das kann doch nicht sein. P? Nee. Seit wann denn bitteschön P? Das macht ja keinen Sinn. Wir sehen uns gleich wieder. Okay. Okay. Also... In Steam-Diskussionen stand mal was über Key Rebinding. Also ob man die irgendwie neu belegen könnte. Aber es gibt auch keine Einstellung, das anders umzustellen. Und ich würde jetzt sagen, dass von meiner rechten Hand Zeigefinger auf Kalik, Mittelfinger auf O und Ringfinger auf P. Und anscheinend ist P die Taste zum Angreifen. Habe ich die ganze Zeit so gespielt? Wieso kann ich mich daran nicht erinnern? Was ist los? Ich krieg Angst. Was? Halt womit springen? Hä? Das da... Nee. Nee. Niemals. Das fühlt sich komplett anders an. Sicher das nicht K die Taste ist, mit der ich geschlagen hab? Hä? Moment. Habe ich vielleicht irgendwelche besonderen Tasten hier gedrückt? Habe ich dieses... Englisch-Deutsch-Ding eingestellt? Keine Ahnung. Okay, gut. Tun wir so, als wären es die Tasten sind. L und P. Aber dann... Ich bin doch nicht immer mit dem Mittelfinger nach oben und unten geswitcht, oder? Was zur Hölle? Keine Ahnung. Was genau wollen wir hier eigentlich tun? Kam ich da oben weiter? Habe ich die Welt hier fertig gemacht und wollte rausgehen? Ich weiß es nicht. Schauen wir ganz kurz nach. Dauert ja nicht lange. Ach, Mann. Okay, verdammt. Ich habe keine Ahnung, was zuletzt in diesem Spiel abgegangen ist. Leute. Was ist das hier? Das ist die Tür, die nach unten führt. Ich muss nach rechts. Au! Spielen wir hier immer noch dasselbe Spiel? Oh Gott. Yo. Alter. Was ist das für eine Hure? Irgendwas ist an dem Spiel auf einmal kaputt. Ich verstehe es nicht. Legendary Player. Okay, danke. Ich merke das schon. Dass ich der Legendary Player bin. So. Natürlich trifft mich das. Ich weiß hier, sowas war ein eiskalt sterben. Ich bin irgendwann mal gut geworden. Und jetzt hat alles aufgehört. Ja. Das war es dann wohl mit dem Let's Play. Ich komme nicht mehr weiter. Too bad. So, hier. Was genau ist hier das Problem? Wir können da oben in einen besonderen Raum. Was genau fehlt uns dann? Nein. Also, wenn da nichts ist. Also, wenn ich da nichts machen kann, dann weiß ich es ja eigentlich schon. Ah ja, okay. Gut. Ich war in dieser Welt. Kann ich irgendwie generell sagen, dass ich raus will? Aus der Welt? Geht das? Ich glaube nicht. Also muss ich jetzt doch wieder zum Eingang zurück. Tja, dann war das einmal Zeitverschwendung. Was passiert, wenn man so lange nicht mehr spielt? Ach man. Ich dachte, ich wäre zuletzt in der zweiten Welt gewesen. Oder wollte ich hier anfangen, in die dritte zu gehen? Obwohl, ich war ja schon in der dritten. Habe ich vielleicht alles am Backtracking fertig gemacht? Hm. Na, das wäre es ja jetzt. Ja. Eigentlich war ich doch in der zweiten Welt. Und in der ersten hatte ich auch nochmal alles überprüft. Ich glaube, wir gehen jetzt einfach in Welt 4 rein. Ach, fuck it. Schauen wir uns die neue Welt an. Ich meine, das gibt es jetzt eh nicht mehr so vieles, was wir uns vorher noch holen könnten. Da unten waren wir halt immer noch nicht, wer uns ein Wort fehlt. Vielleicht erfahren wir das Wort noch in der nächsten Welt. Wenn nicht, habe ich ein bisschen Angst, weil in diesem Spiel bekommt man im Internet keine Hilfe. Also, es gibt keine wirkliche Komplettlösung. Was ich aber auch cool finde. Und ich würde tatsächlich gerne eine stellen. Vor allen Dingen, weil ich weiß, dass es New Game Plus und sowas geben soll. Und dann würde ich einfach danach, wenn ich schon alles habe, nochmal durch die ganzen Räume durchgehen. So, das ist alles sold out. 10 können wir uns. Ja. Räumen wir uns kurz voll. Die Heilung gönnen wir uns. So, dann gibt es ja nur noch das Zeug hier. Kommen wir da jetzt bis zur 2000? Ich glaube nicht. Nein. Okay. Das fühlt sich doch so an. Ich bin doch... Okay, Moment. Wenn es mit K nichts gibt. Wenn auf K nichts belegt ist. Dann... Okay, jetzt fühlt es sich auf einmal wieder normal an. Dann lege ich jetzt meinen Zeigefinger auf L. Den Mittelfinger auf P. Äh, benutze ich auch nicht mehr. Dann werde ich meinen Ringfinger, wenn ich dieses WASD hier rechts hin übertrage. Und dann gehe ich einfach auf O. Immer wenn ich meinen Zeigefinger eins nach oben bewege. Okay. Wir sind wieder im Spiel drin. Und wir gehen das erste Mal in Welt 4 rein. Ich meine, diese Steam-Vorschau-Bilder spoilern mich. Okay, tun sie nicht. Tun sie nicht. Ich nehme alles zurück. Monstertal. Ich dachte an eine Herbstwelt. Oh, hier sieht es schön aus. Richtig schön. Links oder rechts? Wisst ihr was? Die Blume hier sieht eher zu aus. Und die Blume sieht eher offen aus. Wir gehen in Richtung links. Das da hinten sieht aus wie Oktopus. Ist das ein... Geh... Was? Oh. Wer hat das gespuckt? Gibt es hier was? Ne. Da. Du? Mach nochmal. Oh. Okay. Hast du Schutz oben? Also bisher nicht. Bist du jetzt stärker? Oh. Du blockst. Halt. Springt er oder macht er die Zunge? Okay, dann kann ich so machen. Also das funktioniert nicht. Funktioniert, okay. Das funktioniert. Ah. Das funktioniert. Okay. Dann unten oben Taktik. Gehen wir mal durch die Tür. Oh, coole Musik. Oh nein. Das ist der ekelhafte Gegner. Oh, Moment. Wind. Wow. Okay, die Welt ist feurig. Ich verstehe das Rote. Oh, vor allen Dingen wegen der Lava im Hintergrund. Oh. Ne? Äh. Ah, du gehst an die Stelle, wo ich war. Statt genaue Bahnen zu haben. Ja. Von hinten schlagen. Cool. Da hatten wir ja Probleme in dem Eingang. Wo es dieses coole Rätsel gab. Oh. Dann. Das ist der. Ah. Ja, genau. Ich hasse das, wenn es irgendwas gibt, was mir mehrfach hintereinander schaden mag. Alter, kann das bald fliegen. Ist doch nicht euer Ernst. Komm mal her. Ja, genau. Äh. Wollt ihr mir erzählen, dass ich das nur oben machen darf? Moment. Wir hatten... Das war das für die... Oh, halt. Das war das für die Pflanzen und das war das für das Eis, richtig? Dürfte ich das hier oben casten? Ne. Ich darf kein Ohr drücken in der Luft. Ja, toll. Einige sind hier solid und einige nicht. Okay, das soll ich wahrscheinlich von oben aktivieren. Hier fehlt mir der Red Orb für die Truhe. Coole Musik, Alter. Habe ich schon mal erwähnt, aber coole Musik. Ab wo willst du mich denn? Geh mal hier oben hin. Oh nein. Feuer. Hier? Ne. Okay. Ja, wow. Danke. Nein! Ah, stimmt. Ich kann Wall Jump. Wieso auch immer jetzt gerade nicht. Moment. Halt. Wenn ich schlage, geht das auch nicht. Aber ich habe das immer noch nicht ganz verstanden, wenn ich... Okay. Ich sprinte jetzt. Und jetzt kann ich weit machen. Okay, also immer vorher an die Wand sprinten. Und wahrscheinlich bis dahin auch noch nicht losgelassen haben. Weil ich manchmal nicht verstehe, wie ich diese kurzen und die weiten machen kann. Welt. Oh Gott, das wird so schlimm hier werden. Was ist das denn? Achso, ich dachte, das wäre gerade so ein Feuer, die... äh, Ding gewesen, aber es sind zwei ineinander. Obwohl, der kann was, oder? Der hat doch da diese Trüsen. Der kann doch irgendwas machen. Und kann dieses Vieh da... Also, äh, hä? Geh weg. Alter, ist das nervig. Warte mal, muss ich jetzt so? Das geht doch gar nicht. Äh. Und dann kann ich nicht nochmal Doppelsprung. Wie komme ich denn da oben hin? Ja, nein. Ah. Spiel. Ich kann das so machen, oder? Ja, genau. So. Jetzt warte ich das Feuer ab. Alter, diese Welt ist ja anstrengend. Meine Fresse. Und da oben komme ich doch rein, genau. Jetzt muss er nur noch in meine Richtung. Ja, okay. Wow. Nicht so weit. So, das Feuer breite an der Decke ab. Geh weg. Dann ist hier noch der Gegner. Oh. Hä? Wirklich? Oh nein, bitte nicht. Wehe. Der kann mir jetzt wehtun. Oh mein Gott. Au. Was? Fick dich. Fick dich. Ich glaube, wir haben ihn ein bisschen kaputt gemacht. Also, wegen diesem Typ hier da links. Ich gebe dir Geheimnis. Boom, boom, boom. Du stirbst. Leute. Was, 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 was. Fick dich. Ah. Weißt schon, wie ich den Porn nenne. Die Hölle. Die Hölle. Okay, er schubst mich ja ganz leicht zurück. Alter. Bitch. Wie genau soll ich den angreifen? Wie genau? Ich verstehe es nicht. Ich hätte jetzt gesagt, wenn er hier ganz rechts steht und ich irgendwie so einen Sprung mache. Oh Gott. Ah. Stopp. Junge. Auf Wiedersehen. Ja, ja, du mich auch. Okay. Wie komme ich da hoch? Das ist doch jetzt der... Ne, halt. Es gibt hier... Ne. Es gibt nur noch einen weiteren Weg und der ist wahrscheinlich oben, weil hier unten habe ich da jetzt alles abgesucht. Ja, genau. Okay, lass mich... Oh. Halt. Hier. So, das letzte Mal habe ich hier rausgefunden. Ich habe immer ein bisschen Zeit danach. Ja, der höchste Ton. Das ist das nicht direkt Überprüfer. Halt. Zack, zack. Ah, bitch. Alter, ich kriege hier so viel... Ähm, wie nennt man das denn eigentlich, wenn man hintereinander weg Schaden bekommt? Da muss es doch ein cooles englisches Wort für geben, oder? Sagen wir einfach vorerst, ich werde hier richtig geraped. Das ist englisch für vergewaltigt. Nein! Okay, ich mag die Welt nicht. Scheiß Welt. Oh Gott. Oh Gott. Ja. Oh, und dann weiter in die Richtung drücken und dann kann man weiter schnell sprint springen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Die Hölle. Die Hölle. Ich habe sie gefunden. Geh weg. Lass mich durch. Okay. Uns geht es ja noch gut. Wie viel Leben fehlt uns? Ach so, 10 von 16. Kein Problem. Kommt der andere auch bis ganz hier drüben? Nee. Okay. Lasst mich einfach alle in Ruhe. Oh Gott. Das Feuer hätte ich jetzt fast gar nicht gesehen hier im Vollgrund. Was macht er da denn? Halt, ich kann ja jetzt einfach nur... So. Gut. Tschüss. Ich brauche dich nicht. Obwohl halt, Leben ist immer gut. Ah, danke. So. Cool. Ah, das hat mir Leben gebracht. Bitch, wehe. Oh nein, der läuft doch so weit. Muss ich das einfach abtimen. Boom. Ja, Leben. Nehme ich gerne an. Kann ich denn auch ohne vorher an die Wand gesprintet zu haben? Indem ich das einfach richtig abtime? Nee, eigentlich nicht. Das ist ja mega nervig. Also das ist echt schwer mit Wandspringen umzugehen. Wenn hier noch irgendeine schwere Passage mit Wandspringen kommt, dann... Zerstören Erde mit Geheimnis. Okay, wir haben neue Wörter. Welche genau sind denn neu? Okay. Was ist hier jetzt das Lexikon? Erde. Okay, was ist das? Wie hießen denn die anderen zwei hier? Halt... Wo ist denn das? Verdammt. Stern? Stern? Achso. Ra-e-Ra. So, und das andere war doch... Mond. War Sa-e-Sa. Und deshalb hatte ich doch alle anderen... Ausprobiert, wo ein E in der Mitte war. Aber es kam doch nichts, weil uns noch eins... Irgendwie Sonne oder so fehlte bei der Winterwelt. Mit. Ja, mit. Ra-Ra-en. Haben wir noch. Und Erde. Mit und Erde sind neu. Zerstören nicht? Nee. Okay. Was? Ah, umdrehen? Achso. Okay. Äh, zurück. Zurück. Okay. Gut zu wissen. Wir sind also im Dorf... Oh. Oh, okay. Wir sind von oben links hier reingekommen. Hier gibt's auch irgendwas Besonderes. Eventuell das. Nee. Da oben komm ich... Komm ich da überhaupt dran? Ja, von da links. Ihr seid Krieger? Tafa, Wort ändern, Eis zu Feuer. Ja, danke. So weit war ich auch schon. Aber Moment. Was haben wir denn jetzt für neue Wörter bekommen? Äh. Wir haben jetzt gelernt Ändern. Ändern ist ein cooles Wort. Und Feuer. Feuer ist auch interessant. Fa-Ira. Ach ja, und... Also, wie man hier schon die Buchstaben beobachten kann, ist halt dieses N das Letzte, was uns fehlt. Und das kam zum Glück nicht so oft vor, weshalb wir es dann auch nicht brauchten. Ändern, Feuer. Gab's noch was? Eis. Hi-Fi-Tafa. Achso, no. Ja, okay. Ah! Weil wir haben doch... Warte mal, Isa. Da genau, Isa. Isa wurde uns mal irgendwann auch erklärt, was wir damit machen können, nachdem wir es schon lange wussten. Ob man nochmal aus den Palasten raussehlte? Weil man es nicht vielleicht hätte direkt rausfinden können. Obwohl, nee, Isa wurde im Palast gesagt. Aber dann wurde uns später erst das Wort erklärt. Jetzt haben wir Tafa bekommen, weil das wollte ich dann mal irgendwann hier gesucht haben und hab gedacht, oh, gibt's da jetzt ein Wort für? Nein, gab's nicht. Aber doch. Wir haben jetzt alle vier... Nee, halt. Wort. Haben wir das Wort neu? Ich würde schon sagen, der hat uns nur neue Wörter beigebracht, aber... Äh... Nein, Wort ist nicht neu. Aber wo steht Wort? Hat er. Okay. Dankeschön für die ganzen vielen Wörter. Was sagst du? Du wiederfinden, Fels für reparieren, Schlüssel. Okay. Hier kommen hier auf einmal so richtig viele krasse neue Wörter dazu. Reparieren. Orasa. Fels. Santao. Cooles Wort. Santao. Wir suchen gerade einen Namen für den Spielcharakter, den wir jetzt in Jump Mania gemacht haben. Und wir haben jetzt einen, den wir endlich mal weiterführen wollen und der dann der wirkliche werden soll. Auch wenn er vielleicht noch nicht perfekt ausgereift ist, aber wir müssen jetzt endlich nicht mehr tausend neue Ideen bringen und dann wieder sagen, nee, gefällt uns nicht. Und für den suchen wir gerade einen Namen. Santao hört sich eigentlich ganz cool an. Äh... Schlüssel. K-E-E. Schlüssel ist auch ein cooles Wort. Reparieren und schlussieren. Wie viele fehlen uns noch? Eins, zwei? Halt, wir gehen mal auf Page eins. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eine komplette Seite. Cool. Sechs. Sieben, acht. Neun, zehn. Zehn Wörter nur noch. Das ist cool. Weil ich habe nämlich Angst, dass wir irgendwelche nicht bekommen und es wäre echt cool, wenn wir alle bekommen würden. Hier Vulkan. Oh, Vulkan hört sich cool an. Vielleicht ist das ja auch das fehlende Wort in der dritten Welt. Sind beide neu? Vulkan ist auf jeden Fall neu. Farakan. Farakano. Alter. Das legen sie ja richtig los. Halt, ist die Seite jetzt voll? Ne. Hier? Ne, hier hat man schon. Ich finde ein Kraft zu Palast. Ihr seid Echsenritter, ha? Ihr seht cool aus. Kraft. Ofaha. Und alles andere schienen wir schon gehabt. Oh Mann, das ist gerade so cool. Ich habe gerade richtig viel Spaß hier dran. Was ist das denn? Leben oder sterben. Oh. Vielleicht. Also, wir waren ja im letzten Palast und uns haben einige Wörter gefehlt. Leben oder sterben. Und ich meine, wir hatten nicht beide. Neu? Warte mal. Was ist hier jetzt? Welches Wort ist neu? Leben oder lebenden sterben. Genau. I. Ich wette, das kam im letzten Palast vor. Und vielleicht hätte man das Rätsel noch nicht machen sollen. Ich glaube, das war ja nur für ein Geheimnis oder so. Vielleicht hätte man tatsächlich erst in die Welt kommen sollen. Aber ich habe halt immer versucht, alle so Stück für Stück abzuschließen. Und deshalb wollte ich noch nicht hier hin. Aber jetzt haben wir schon zwei Pages voll. Page 2 und Page 3. Hier. Also, jetzt fehlen noch, immer noch hier 1, 2, 3, 4. Das ist voll, das ist voll. 5. 6. 7. 7 Wörter nur noch. Oh mein Gott, kriegen wir alle voll? Weil ich meine, wir reden nicht mehr mit vielen Leuten. Ich wollen wieder Diamant. Ach, du bist der Questgeber für diese Welt. Diamant ist wahrscheinlich neu, ha? Ja, Diamant. Ob das vielleicht das letzte Wort ist? V. Okay, nur noch 6 Wörter. Du sagen, wollen Fels zur Tür. Okay, ich will Fels. Da war kein neues Wort dabei, richtig? Ne. Musikum sagt mir nichts. Oh wow. Gut, dass ich hier nicht sterbe. Ich wollen gehen Bücherei. Bücherei ist ein Wort. Okay, cool. Äh, Musikum. Bücherei. Eorasa. Ich wollen gehen Bücherei. Cool. Ja, dann gehen wir zur Bücherei. Man soll sich hier immer schön belesen, nicht? Okay, halt. Wir brauchen ja ein bisschen Leben, ha? Ja, du willst zur Bücherei. Wort Isar zerstörnt Beschützung. Das weiß ich. Beschützung. Dass wir das Wort schon hatten. Boom. Hä? Oh. Hier ist noch einer. Finden Fels zu Eis. Oh, da drüben kann man wo rauskommen. Kann ich mich mit dem unterhalten? Redet der schon mit mir? Ne. Scheiße. Ich. Oh mein Gott. Danke. Dankeschön. Mehr wollte ich nicht. Ich möge die Sonne. Ich mag die Sonne nicht. Aber ich danke dir trotzdem für die Hilfe. Wenn ich die Sonne sehe, mache ich die Jalousie runter. Ja, das hat nichts mit Mond. Also, weil Mond und Stern waren halt so ähnlich, dass ein E in der Mitte war und zwei Buchstaben außen, die gleich waren. Und das hier ist jetzt halt was anderes. Aber vielen, vielen Dank. Ich danke dir, du hast gerade mein Leben verbessert. Jetzt kann ich unten weitermachen in der Eiswelt. So, dann stelle ich mich hier und dann fällt nichts runter. Ich glaube, da oben war ich, ha? Ja, da oben ist der Anfang. Habe ich mit dir gesprochen? Ich wollte springen. Springen? Das Wort kenne ich schon. Leben oder sterben und du warst der Questgeber. Ich will ein Diamant wieder. Wieso? Hm. Das wäre ein guter Ort für ein Versteck. Verdammt. Okay, halt mit dir haben wir noch nicht gesprochen. Himmel. Noch ein Wort. Oh mein Gott. Himmel, da. EOK. Ich glaube, wir können den Part erstmal beenden, nachdem wir die ganzen Wörter hier durchgegangen sind. Ist vielleicht ein bisschen langweilig und wenig, aber ich genieße es gerade voll hier einfach nur die Wörter zu suchen. Weil es wäre ein volles Musikon, also Lexikon, das wäre mir so wichtig. Ja, okay, das weiß ich. Die hatten wir gesprochen. So, jetzt muss ich noch irgendwie nach oben kommen. Geht das? Ja, da. Hier, das hatten wir auch. Hier Vulkan. Nein, bitte nicht. Okay, halt. Ne, wenn das der hier unten ist, dann haben wir mit dem darüber nicht gesprochen. Alter. Diese... Okay, irgendwas stimmt mit den Hitboxen von den Plattformen nicht. Das ist seltsam. Sonst würde ich hier nicht so oft runterfliegen. Ich meine, ich bin doch nicht dumm, oder? Ah, okay. Mit dir haben wir doch gesprochen. So, ihr seid neu. Haha. Haha. Das ist auch ein neues Wort. Nein. Oh, oh. Nein. Ah, ja, haben wir auch. Oh, oh, ein EE. Das ist cool. Das ist cool, dass ihr so gleich seid. Seite 1 ist voll, Seite 2 ist voll, Seite 3 ist voll. 1, 2, uns fehlen noch 2 Wörter. Und da drin ist noch ein Dude. Leben. Du find'n Fels. Uns fehlen 2 Wörter. Alter. Wir stehen so kurz vor einem Fertigen. Halt, da um die Kugel fand ich interessant. Ah, ne, hier gibt's mehr davon. Okay, ich glaube fest daran, dass es hier noch mehr Leute gibt, außer in diesem Dorf. Aber die Uhrzeit sagt mir, also es ist höchstwahrscheinlich. Okay, ich hoffe, du läufst jetzt nicht bis zu mir und redest nochmal. Dann würde ich aber trotzdem sagen, ich würde gerne nochmal aufnehmen. Und danke fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Es wird spannend in dieser Welt. Und vor allen Dingen sieht die so cool gestaltet aus. Und die Untergrundmusik ist richtig Hammer. Bitte bleibt dran. Und ciao.